Der vierte Tag. Das 30. WGT neigt sich ganz langsam dem Wende entgegen. Aber wir spielen nochmal. Viela Ruh mit dem Programm Musikale Feudale. Der vierte Tag. 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 Herrlichstes Wetter. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Wunderbar. Der vierte Tag. 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 Musik do vierte Tag. Untertitelung. BR 2018 Das nun folgende Stück ist etwas flotter, hat ein wenig Balkan-Charakter und ich muss diese Ansage noch unnötig in die Länge ziehen, jetzt aber schon nicht mehr, Dankeschön. Das nun folgende Stück wird sogar eingezählt. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jetzt möchte ich euch gerne die Band vorstellen an der Drehleiher Peter Schlemiel. An den Trommeln der Scholle und an den Sasslauten der Jörg. Applaus Muss ausgerechnet der Wind jetzt mein Textblatt wegwehen. Passt schon. Alles gut. Kann nichts passieren. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018